Ich werde das jetzt so zu tun versuchen. Erstens mal werde ich mich nicht an einen schriftlichen Text halten, sondern frei sprechen. Zweitens werde ich die Folien, die ich heute Morgen gezeigt habe, noch mal zeigen, aber relativ kurz drüber gehen. Das wird einfach nur eine Erinnerung sein. Aber Themen, die mir wichtig scheinen, die mir ein persönliches Anliegen sind, etwas ausführlicher hervorheben. Und Sie werden übrigens sehen, Erich Marx hat ja heute Morgen schon gesagt, dass ich auch Historiker bin, dass ich etwas mehr noch historisches Material einbauen will. Lassen Sie mich anfangen hier noch mal mit der Millenniumsdeklaration. Und hierzu etwas ausführlicher noch etwas erläutern. Wie ich heute Morgen erläutert habe, ist die Millenniumsdeklaration ein wichtiges Instrument auf der Ebene globaler Organisationen, um in verschiedenen Handlungsbereichen eine Legitimation zu haben, um beispielsweise im Bereich Armutsreduktion, um im Bereich Bildungsförderung auch auf einer übernationalen Ebene in Entwicklungsländern helfen zu können. Diese Deklaration der Vereinten Nationen am 9. und 8. September 2000 hat acht verschiedene Entwicklungsziele bis 2015 formuliert, aber dabei das Ziel von Gewaltreduktion nicht mit eingeschlossen. Nun schließt allerdings diese, hat diese Deklaration, das sehen Sie hier in diesem Text, im allgemeinen Text eingeschlossen, die Zielsetzung, dass Männer und Frauen das Recht haben, ihr Leben in Sicherheit zu leben, in Würde und Sicherheit zu leben, frei von Hunger, der Angst vor Gewalt, vor Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Und die Realität sieht etwas anders aus. Ich habe das heute Morgen bereits gezeigt. Rio in Sao Paulo beispielsweise, 1300 Morde pro Jahr, etwa 15 Mal das Niveau von Deutschland. Interessanterweise hierzu zum Beispiel, ich will das hier etwas ausführen, ich habe erwähnt, dass in Sao Paulo die Homizidrate um 70 Prozent zurückgegangen ist. Ein großer Erfolg auf der Oberfläche, allerdings gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob das tatsächlich als Erfolg zu werten ist. Nicht immer ist der Rückgang von zum Beispiel Gewalt ein Erfolg. In Sao Paulo gehen Fachpersonen zum Beispiel davon aus, dass ein wesentlicher Teil des Rückgangs von Mordfällen damit zu tun hat, dass das organisierte Verbrechen inzwischen in den Favelas sozusagen ein privates Gewaltmonopol errichtet hat und deswegen weniger auf Mord angewiesen ist als ein Kontrollmittel. Die Zahlen zu polizeilicher Gewalt finde ich erstaunlich. Als ich das gehört habe von einem Polizeibeamten, dass jede 200. Festnahme in Sao Paulo mit dem Tod des Tatverdächtigen endet, das ist doch ganz erstaunlich. Ich habe damit angefangen in meinem Vortrag, weil ich auch der Meinung bin, übrigens wenn es um Gewaltreduktion geht, dass man dieses Wechselverhältnis zwischen staatlicher Gewalt und privater Gewalt nicht außer Acht lassen darf. Und ab das werde ich dann später nochmal zurückkommen. Die Frage also, ist es möglich, weltweit Gewalt in allen Erscheinungsformen bis 2050 um die Hälfte zu reduzieren und dann daran anschließend, ob es sinnvoll ist, eine solche Halbierung von Gewalt als neues globales Entwicklungsziel zu fordern. Ich hatte heute Morgen vorgestellt eine Reihe von numerischen Schätzungen zum Gewaltausmaß und was eine solche Reduktion über die nächsten 35 Jahre bedeuten würde, wenn man sowas mal als Ziel setzen würde. Hier ist zu sagen, dass wir so etwas vor zehn Jahren gar nicht machen hätten können, weil es einfach die Daten nicht gegeben hat. Heute sind wir zu einer Position, wo es für verschiedene Gewaltbereiche relativ vernünftige Schätzungen gibt, zum Ausmaß von Gewalt, sodass wir tatsächlich so ein Reduktionsziel praktisch in Erwägung ziehen könnten. Und hier sehen Sie diese Zahlen nochmal vorgestellt. Ich habe mal für Homizid, nur für Mordraten, das etwas genauer durchgerechnet, wie das im Einzelnen aussehen könnte. Und zu diesem Zweck, ich muss da nochmal zurückgehen, Moment, ja, hier kommt es. Zeige ich Ihnen hier die Verteilung der Mordraten über die Weltbevölkerung. Das sind 208 Länder. Und Sie sehen hier, dass die Verteilung der Mordraten sehr, sehr ungleich ist, mit wenigen Ländern, mit sehr, sehr hohen Raten. Und dann geht das hier runter, Deutschland liegt hier. Hier ist die Schweiz, Österreich wird auch irgendwo da liegen. Da sehen Sie, wie ungleich die Belastung durch Gewalt ist. Hier sehen Sie den Mittelwert, gegenwärtig etwa neun pro 100.000. Und ich zeige Ihnen hier, wo wir liegen müssten im Jahr 2050, wenn wir Gewalt um die Hälfte reduzieren wollen. Ich zeige Ihnen das unter anderem deswegen, weil ich Ihnen nochmal plausibel machen möchte, dass in 40 Prozent aller Länder der Welt heute bereits dieses Reduktionsziel erreicht ist. Wir müssten also nicht etwas erreichen, was irgendwo völlig unrealistisch ist. Wir müssten nur etwas erreichen, was bereits heute in sehr vielen Ländern die Realität ist. Wie müsste man das erreichen? Oder wie könnte man sich das vorstellen? Ich habe mal so ein Szenario gemacht, wo ich einfach alle Länder in Quartilen geordnet habe, also die Quartile von Ländern mit der höchsten Homizidrate, dann die nächste Quartile und so weiter und so fort. Und man sieht dabei etwas sehr Interessantes. Die höchste Quartile, also die Länder mit den höchsten Homizidraten, haben eine durchschnittliche Homizidrate heute von etwa 27. Sie umfassen 18, 19 Prozent der Weltbevölkerung, aber dort fallen fast 60 Prozent aller Morde an. In den Ländern, in der tiefsten Quartile mit den tiefsten Homizidraten, fallen nur 1,5 Prozent aller Morde an. Was heißt das für dieses Ziel, Gewalt zu reduzieren? Das heißt, dass wir dort vor allem die Ressourcen investieren müssten, wenn wir dieses Ziel realisieren wollen, wo die Mordraten am höchsten sind. Und ich habe das mal durchgerechnet, wie das aussehen könnte. Sie sehen hier eine Annahme der jährlichen Reduktion, wo ich sage, am meisten Reduktion müsste erreicht werden in den Ländern, wo die Raten bereits heute am höchsten sind und dann geht das runter. Solche Reduktionen von fast 80 Prozent sind meines Erachtens durchaus realistisch. Und jetzt will ich Ihnen ganz kurz etwas zeigen darüber, warum ich glaube, dass das realistisch ist. Und will dazu meine historischen Interessen ganz kurz ansprechen. Wenn wir auf Populationsebene Gewaltreduktion betreiben möchten, dann müssen wir eigentlich verstehen, wie kommt es auf Bevölkerungsebene zu Rückgängen von Gewalt. Hierzu, Andreas, das will ich gleich ganz kurz andeuten, sind eigentlich Randomized Control Trials, also dieses klassische Hilfsmittel der Präventionsforschung, Evaluationsforschung, vielleicht nicht das richtige Mittel. Ich glaube, es gibt bis heute keine wirklich gute Evidenz dafür, dass wir mit den Ansätzen, die wir üblicherweise in der Evaluationsforschung überprüfen, tatsächlich auf Bevölkerungsebene große Veränderungen erzielen. Und darum denke ich, dass wir diese eher Mikroperspektive von Evaluation, die ich wichtig finde, ergänzen müssen mit einer Makroperspektive, wo wir verstehen, versuchen, warum verändert sich das Ausmaß von Gewalt auf einer ganzen Gesellschaft. Nun, eine der Arten, wie ich über das nachdenke, über diese Frage nachdenke, ist, dass ich versuche, Gesellschaften über die Zeit im Ländervergleich zu ordnen, auf einer einzigen Skala von Homozidraten. Sie sehen hier sehr tief, hier oben sehr hoch. Ich will kurz andeuten, dass diese Skala eine logarithmische Skala ist. Also Sie sehen hier vom tiefsten Wert bis zum höchsten Wert eine Verzehntausendfachung der Homozidraten. Die höchsten Homozidraten, die so historisch belegt sind, oder die im Vergleich belegt sind, liegen so etwa im Bereich von 500 bis 1.000. Wenn wir über 1.000 pro 100.000 Einwohner gehen, das ist 1% der Bevölkerung pro Jahr, dann sind wir eigentlich beim Krieg angelangt. Wir wissen zum Beispiel, Medellin ist ein gutes Beispiel. Medellin hatte eine Zeit lang in den 90er Jahren eine Homozidrate von etwa 300 pro 100.000. Das ist etwas höher zum Beispiel, einfach, dass man sich das vorstellt, das ist höher als die aktuelle Wahrscheinlichkeit von Soldaten in Afghanistan im Krieg zu sterben. Es gibt ähnlich hohe Raten in einer Reihe von mexikanischen Städten. Und hier unten sehen Sie Länder, die sehr, sehr tiefe Homozidraten historisch gehabt haben. Japan zum Beispiel in den 70er Jahren, 80er Jahren, England in den 20er Jahren, Dänemark in den 50er Jahren, hatten alle Homozidraten von unter 3 pro 100.000. Wir wissen, dass etwa 3 pro 100.000, das ist die Hälfte von dem, was wir heute in Deutschland haben, historisch in liberalen, demokratischen Staaten erreichbar ist. Wir sind davon in Deutschland noch ein Stück entfernt, obwohl wir bereits sehr tief sind. Es gibt gemeinsame Ähnlichkeiten hier für all diese Länder, Länder, in denen Homozidraten hoch sind. In diesen Ländern ist Gewalt immer auch ein Medium der Politik. Und je tiefer Gewaltraten liegen, desto eher wird Gewalt etwas, was individuelle Pathologie widerspiegelt. Nun, wie kommt es von einer Bewegung zu einem, von einer hohen Homozidrate zu einer tiefen Homozidrate? Eine Perspektive, die für mich besonders interessant ist, ist eine evolutionstheoretische Perspektive. Und ich will das kurz erläutern, warum ich das wichtig finde. In der Präventionsforschung und in großen Teilen der Entwicklungspsychologie wird Gewalt und aggressives Verhalten in erster Linie, sage ich mal, als Pathologie definiert, als eine Fehlentwicklung. Wenn das so ist, dann ist es sehr schwierig zu verstehen, warum Gewalt so verbreitet ist in menschlichen Gesellschaften. Und ich halte es wichtig, diese pathologische Perspektive zu ergänzen mit einer Perspektive, die danach fragt, welche Funktion erfüllt eigentlich Gewalt in Gesellschaften. Eine wichtige Unterscheidung, die in der evolutionstheoretischen Perspektive getroffen wird, ist die Unterscheidung zwischen einer proaktiven Funktion von Gewalt, also Gewalt als ein Mittel, um Zugang zu knappen Ressourcen, materielle Güter, Macht, Sex zu erhalten und reaktive Gewalt, eine Gewalt, die darauf abzielt, sich zu schützen gegen Übergriffe, Angriffe von anderen und Gewalt, die dazu dient, Recht zu sprechen. Also andere, die Übergriffe begangen haben, zu bestrafen. Nun, wenn das so ist, dann muss man fragen, unter welchen Umständen eigentlich ein Angriff auf ein Gruppenmitglied eine strategisch weniger attraktive Option wird. Und einige Hypothesen hier, die mir für auch die Frage des Rückgangs von Gewalt wichtig scheinen, sind die Hypothese, dass eine hohe Verfügbarkeit von Recht die Chancen reduziert, dass Menschen die Notwendigkeit wahrnehmen, Gewalt als Mittel der Selbsthilfe einzusetzen. Zweitens, dass eine hohe Legitimität der sozialen Ordnung, also der Glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der faire Regeln gelten, darüber, was wir erreichen können, dass dort die Chancen steigen, dass Menschen glauben, ihre Bedürfnisse in Kooperation mit anderen erfüllen zu können, dass Gewalt weniger wahrscheinlich ist, wo ein hoher Schutz vor Risiken besteht und schließlich, dass Gewalt weniger wahrscheinlich ist in einer Gesellschaft, wo Selbstkontrolle und Anstand kultiviert wird. Nun kann man das zeigen. Ich will ganz kurz etwas aus einem neuen Paper zeigen, das dieses Thema illustrieren wird. Ich habe vor kurzem ein Paper fertiggestellt, in dem ich drei Indikatoren von Gewalt in Europa über die letzten 1400 Jahre zusammengestellt habe. Und zwar die Häufigkeit von Hinrichtungen, seit 1200 etwa. Das sind 20 Städte, für die ich Daten gefunden habe, die Mordrate in Europa seit dem Spätmittelalter und eine dritte Studie, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, in der ich untersucht habe, wie viele Herrscher wurden eigentlich umgebracht über die Jahrhunderte. Ich fange an mit der Darstellung der Hinrichtungen in Europa. Hinrichtungen, Sie müssen sich das vorstellen, in einer Stadt wie Frankfurt beispielsweise im Hochmittelalter wurden in einem durchschnittlichen Jahr etwa 10 bis 30 Personen hingerichtet. Wenn man das hochrechnet, dann entspricht das, für die Bundesrepublik Deutschland heute rund 30.000 Hinrichtungen pro Jahr. Diese Hinrichtungsrate ist in ganz Europa spätestens seit etwa 1600 laufend zurückgegangen und ist heute natürlich bei Null. Hier liegt die Entwicklung der Homizidraten in Europa, die ebenfalls über die letzten 800 Jahre deutlich und regelmäßig zurückgegangen ist von einem Niveau von etwa 40 pro 100.000, also ganz ähnlich, wie man das heute in Entwicklungsländern findet, zu einem Niveau von unter 1 pro 100.000. Und schließlich, was ich untersucht habe, ist die Häufigkeit von Königsmorden waren das. Königsmorde waren sehr, sehr verbreitet im Mittelalter. Königsmord war ein strategisches Mittel, um sozusagen Regierungswechsel mit dem Mittel des Schwertes durchzuführen. und dieses Mittel wurde im Lauf der Zeit immer seltener. Warum ist es zu dieser Veränderung gekommen? Ich will hier fünf Hypothesen in den Raum stellen, die sich aus den Analysen ergeben. Gewalt ist gesunken, weil sich ein staatliches Gewaltmonopol durchgesetzt hat, weil die politischen Eliten pazifiziert wurden, weil der Staat zunehmend legitim wurde, weil der Staat weniger korrupt war und weil es zu einer Sozialdisziplinierung und einer erhöhten Bedungung von Selbstkontrolle, der Zivilität, Gewissen, Respekt und Verantwortung gekommen ist. Nun, ich will behaupten, dass diese Prozesse, die historisch von Bedeutung waren, auch für die Frage von Bedeutung sind, wie wir Gewalt in Zukunft reduzieren können. Aber wir können das schlecht mit Randomized Control Trials überprüfen. Und damit will ich zurückgehen eigentlich zu der aktuellen Frage, wie könnten wir eine Maßnahme zur globalen Gewaltreduktion umsetzen. Und ich habe heute Morgen relativ stark die Rolle der WHO betont. Die WHO war tatsächlich, denke ich mal, wegbereitend dafür, dass heute auf der globalen Agenda Gewaltreduktion eine relativ bedeutende Rolle spielt. Sie ist relativ gut repräsentiert in verschiedenen Organisationen, der Weltbank, der UNODC, der Weltentwicklungsorganisation und so weiter. Und ich habe das heute Morgen gezeigt. Die Milestones-Konferenzen sind ein ganz wichtiges Instrument. Und was interessant ist an den Milestones-Konferenzen, ist der Charakter dieser Tagungen als ein Zusammenspiel von politischen Entscheidungsträgern, wo immer großer Wert darauf gelegt wird, politische Entscheidungsträger einzuladen und die zusammenzubringen mit Wissenschaftlern, mit Forschern, die über neue Ergebnisse berichten. Die Milestones-Veranstaltungen finden in der Regel an Standorten statt, wo Gewalt sehr hoch ist. Eine war vor zwei Jahren in Cape Town. Letztes Jahr war sie in Mexiko. Weil man eben auch erreichen möchte mit diesen Veranstaltungen, dass die Regierungen, die Regierungsmitglieder in diesen Ländern tatsächlich auch mobilisiert werden, sich interessieren für diese Fragestellungen. Die Violence Prevention Alliance, das will ich hier ganz kurz noch anfügen, ist eine Organisation... Wussten Sie das vorher, dass der Deutsche Präventionstag Mitglied der Global Violence Prevention Alliance ist? Na, haben Sie was gelernt? Der Deutsche Präventionstag ist Mitglied der Violence Prevention Alliance, das Institut für Kriminologie in Cambridge ist Mitglied der Global Violence Prevention Alliance. Es gibt eine ganze Reihe von Stiftungen, die Mitglieder sind der Global Violence Prevention Alliance und es gibt staatliche und zwischenstaatliche Organisationen. Also diese Global Violence Prevention Alliance ist sozusagen ein Instrument der WHO, mit dem man versucht, Institutionen aus Forschung, aus Praxis, aus der Philanthropie und aus dem staatlichen Bereich zusammenzubringen, sozusagen als ein Instrument, um die Politik der WHO zu unterstützen. Und etwas, was die Violence Prevention Alliance gemacht hat über die letzten Jahre, ist Kernziele eines globalen Action Plans zu entwickeln. Ich will hier auf diese Kernziele nicht weiter eingehen, hier nochmal, und will sie Ihnen nur hier vorlegen. Ein Punkt vielleicht, die nationalen Maßnahmenpläne, damit Sie eine Vorstellung haben, auch wie das gemacht wird. Die letzten zwei Jahre hat die WHO sich sehr intensiv ein Erhebungsinstrument entwickelt, um bei allen 200, ich weiß nicht wie viele es sind, 250 Mitgliedern der Vereinten Nationen Daten zu erheben, darüber, welche Maßnahmen im Gewaltpräventionsbereich in verschiedenen Ländern umgesetzt werden. Gibt es Gewaltpräventionsbeauftragte? Gibt es Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes? Gibt es Maßnahmen im Bereich der Realisierung von Opferhilfe? Und so weiter und so fort. Und diese Daten werden jetzt zusammengestellt mit dem Ziel, davon ausgehend, Empfehlungen abzugeben, darüber, welche nächsten Schritte helfen könnten, in den Ländern helfen könnten, bessere Strukturen zu entwickeln. Das wird nicht für Deutschland besonders wichtig sein. Aber was diese Initiativen bewirken, ist besonders in Ländern, wo bisher wenig getan wird, eine kritische Masse zu erreichen von Zielsetzungen, von Aktivitäten, um tatsächlich in diesen Ländern vermehrt Gewaltprävention umzusetzen. Der Plan of Action rückt sechs evidenzgestützte Strategien in den Mittelpunkt. Und wir haben viele Diskussionen darüber, ob das die richtigen Schwerpunkte sind. Aber die Schwerpunkte im Moment sind evidenzgestützte Elternbildung, Sozialkompetenzprogramme, Veränderung von gewaltfördernden Normen und Werten, Reduktion von problematischem Alkoholkonsum, Reduktion des Risikos durch Schusswaffen und Zugang zu Opferhilfe und Tätertherapie. Bei dieser Formulierung sind dann immer auch politische Probleme oder Rücksichten etwas ein schwieriges Problem. Sie sehen zum Beispiel, dass hier steht Reduktion des Risikos durch Schusswaffen und es steht hier nicht Reduktion von Schusswaffen oder Verfügbarkeit von Schusswaffen, weil es da dann politische Widerstände gibt, welche Zielsetzungen eigentlich auch in der WHO durchgesetzt werden können. Wir machen im Herbst diese Tagung zu Global Strategies to Reduce Violence by 50%. Die Idee kam vor etwa anderthalb Jahren auf, ich weiß gar nicht, ich hatte schlecht geschlafen und da dachte ich, das wäre doch ein interessantes Thema. Und das hatte auch zu tun mit dieser historischen Forschung. Also das war so dieser Link zwischen meinen historischen Interessen und diesen präventionsspezifischen Anliegen, wo ich etwas die Frustration gelegentlich verspüre, dass wir mit diesen Randomized Control Trials und den Meta-Analysen von Randomized Control Trials immer etwas hinter der Frage zurückbleiben, verändern wir damit tatsächlich etwas auf der Bevölkerungsebene. Ist das das Richtige? Und was müssen wir machen wirklich in der Präventionspraxis, damit wir großflächig Veränderungen erzielen können? Das war das eine. Ich glaube, das Zweite, was für die Stoßrichtung dieser Tagung ausschlaggebend war, war so der Eindruck, dass wenn wir über Prävention sprechen, wir sehr häufig eben über mehr Elterntrainings sprechen oder mehr Sozialkompetenzprogramme sprechen oder mehr Aggressionstrainings sprechen. Und ich halte all diese Dinge für richtig und wichtig und nützlich, aber ich glaube, dass es gleichzeitig eine Perspektive braucht, wo wir über diese großen Fragen von darüber nachdenken, wie schaffen wir eine Zivilgesellschaft? Wir müssen über die Frage nachdenken, wie schaffen wir es, das Verhalten der Polizei in Sao Paulo so zu verändern, dass sie nicht jeden 200. umlegen. Und übrigens der Polizei, also die leitende Polizeiperson, die für Menschenrechte bei der Polizei zuständig ist, ist auch ganz offen darüber, dass die Polizei häufig in ihrer Freizeit lieber Kriminelle umbringt, als sie festzunehmen und an die Zivilpolizei zu überweisen. Und zwar deswegen, weil die Polizia Militar, also die militärische Polizei, die Straßenpolizei, den Verdacht hat, dass die Zivilpolizei korrupt ist, auf ihre Weise korrupt ist und deswegen die Fälle lieber privat löst, als sie quasi einen formalen juristischen Prozess zu überweisen. Ich denke daher, das ist nicht besonders schön, dass wir in der Gewaltprävention mindestens sechs Bereiche unterscheiden sollten. Das eine ist individuelle Entwicklungsförderung, dazu gehören beispielsweise eben Elterntrainingsprogramme, Sozialkompetenzprogramme, solche Dinge mehr. Wir sollten in der Gewaltprävention Täterbehandlung nicht vergessen, also Maßnahmen, die ausgerichtet sind auf Personen, die bereits Straftaten begangen haben. Ich bin ein Gegner der Vorstellung, dass wir die Frage Verfolgung und Strafe ausklammern aus der Frage von Prävention. Die Frage, wie man besser straft, muss reingehören in die Präventionsforschung. Wir brauchen bessere Überlegungen darüber, wie wir zivilgesellschaftliche Strukturen fördern können und es braucht Überlegungen auf einer Makroebene, wie staatliche Rahmenbedingungen geschaffen werden können, welche Gewaltprävention unterstützen können. Und jetzt will ich ein paar, also die Leitfolien sind die gleichen, aber ich will ein paar Überlegungen, die ich heute Morgen angestellt habe dazu, was das konkret bedeuten könnte, etwas weiter ausführen. Das erste Thema ist Ressourcenaufbau in Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen. Hier drei Dinge, die ich glaube, die wir brauchen. Wir brauchen bessere epidemiologische Daten, die auch Zeit- und Ländervergleiche erlauben. Dazu können wir beispielsweise Ressourcen zur Verfügung stehen, die es einfacher erlauben, epidemiologische Befragungen durchzuführen, die es besser erlauben, Opferdaten zu erfassen. Wir brauchen bessere Daten zu Risikofaktoren in verschiedenen Kulturen. Eine Frage hier. Sind Sie der Meinung, dass die Ursachen von Gewalt in verschiedenen Kulturen, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, dieselben sind wie in Europa? Oder sind Sie der Meinung, dass das andere Risikofaktoren sind? Ich würde annehmen, dass es verschiedene Meinungen gibt hier im Raum. Und das Interessante ist, dass wir es nicht wirklich gut wissen. Und wir müssen mehr Kapazität für eigene Forschung und Zugang zum Wissen in low- und middle-income countries schaffen. Ich hatte Ihnen heute Morgen diese zwei Karten gezeigt, um das zu illustrieren. Das ist das Gesicht der Welt. wenn man die Größe der Länder nach Tötungsdelikten darstellt. Und das ist das Gesicht der Welt, wenn man die Welt nach Forschungsausput darstellt. Und was das illustriert, ist dieses Ungleichgewicht. Nun, dieses Ungleichgewicht beginnt sich allerdings zu verschieben. Ich bin im Moment mit Joseph Murray und verschiedenen anderen dabei, eine Studie durchzuführen zu genau dieser Frage, sind die Risikofaktoren für Gewalt und Verhaltensprobleme in Entwicklungsländern die gleichen wie in hochentwickelten Ländern. Wir machen eine Meta-Analyse, wo wir all diese Studien zusammenstellen und untersuchen, was kommt dabei raus an Unterschieden oder an Ähnlichkeiten. Was ich Ihnen hier zeige, ist nur die Anzahl der Publikationen, in denen Studien durchgeführt wurden, in Länder mit tiefem und mittlerem Einkommen. Und Sie sehen hier, dass in den letzten 15 Jahren die Zahl der Studien explosionsartig zugenommen hat und das wird sich weiterentwickeln. Es gibt einen enormen Aufholbedarf, aber es gibt hier eine Entwicklung in Richtung auf mehr Forschung. Es gibt bestimmte Dinge, die anders aussehen. Ich hatte vor zwei Jahren zusammen mit einer Studentin von mir eine Studie durchgeführt in Jordanien, wo wir eine repräsentative Stichprobe von Schülern danach gefragt haben, was sie denn eigentlich zu Ehrenmord denken. Die Fragen waren so in etwa, findest du es richtig, deine Schwester umzubringen, wenn sie die Ehre der Familie besudelt hat? Findest du es richtig, dass ein Ehemann seine Frau umbringt, wenn sie die Ehre der Familie besudelt hat? Nun, was sich dabei herausstellt, ist, dass im Durchschnitt in Jordanien etwa 35% der männlichen Befragten es richtig finden, es normativ richtig finden, so etwas zu tun. Bei den Mädchen, es geht darum, Frauen umzubringen, waren es 17%, es waren weniger, aber es war eine erstaunlich hohe, für mich eine erstaunlich hohe Zustimmung dafür, dass das das richtige Handeln ist. Unter Jugendlichen übrigens mit tiefem Bildungshintergrund ist die Befürwortung von Ehrenmord normativ. Die Mehrheit von Jugendlichen mit tiefem Hintergrund findet das richtig. Ich erwähne das hier deswegen, weil das etwas zeigt, dass wir nicht einfach Maßnahmen und Strategien, die wir in westlichen Industriestaaten entwickelt haben, auf die Situation in anderen Ländern überstülpen können, sondern dass wir auch verstehen müssen, wie in verschiedenen Kulturen verschiedene Handlungsweisen als richtig oder moralisch falsch wahrgenommen werden. Zum Thema bessere Ausbildung hier noch ein Hinweis. Eine der wichtigen Initiativen aus meiner Sicht ist der Children and Violence Evaluation Challenge Fund, der diese Zielsetzung von besserer Evaluationsforschung in Entwicklungsländern umsetzt. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren Stiftungen, die Gelder in eine Stiftung, in eine neue Stiftung eingebracht haben, die nur ausschließlich qualitativ hochwertige Evaluationen der Wirksamkeit von Gewaltpräventionsmaßnahmen in Low- und Mittel-Income-Ländern stützt. Warum? Weil es in diesen Ländern keine, es gibt keine DFG, es gibt keine Forschungsförderung in diesen Ländern, die es erlauben würde, in diesen Ländern Evaluationsprogramme finanziert zu bekommen. Wir haben über die letzten zwei Jahre etwa 500 Anträge bekommen, es waren mehr, es waren etwa 700 Anträge. Wir sind dabei aber auch, wir haben inzwischen glaube ich 14 Anträge unterstützt. Etwas, was man sehr deutlich sieht bei der Evaluation der Anträge, ist, dass die Qualität, es gibt sehr viele Anträge aus von Forschenden und von Praktikern, aus Low- und Mittel-Income-Countries und sie fallen aber im Evaluationsprozess, in der Tendenz aus dem Prozess raus und man endet dabei, nicht besonders mit großer Überzeugung, mehr Projekte zu fördern, bei denen die Principal Investigators Personen sind, die hier in Deutschland, in England, in den USA sesshaft sind und die Projekte durchführen in Entwicklungsländern. Etwas, was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir unbedingt in den Aufbau von Forschungsressourcen in diesen Ländern investieren müssen, damit bessere, qualitativ bessere Anträge gestellt werden und bessere Forschung durchgeführt wird. Hier nur ein Beispiel von einer solchen Studie, eine Studie, die ein Community-Based Interventionsprogramm in Norduganda durchführen möchte zur Reduktion von sexueller Viktimisierung und zur Frage, ob Kinder Zugang zu Kinderschutzmaßnahmen in Norduganda haben. Die Evaluationsergebnisse sind noch nicht verfügbar. Ich zeige Ihnen hier nur etwas auch, damit Sie sehen, wie groß die Gewaltprobleme in diesen Ländern sind. Es gab eine Baseline-Befragung und in dieser Baseline-Befragung ergab sich, dass 85% der Kinder mindestens eine Form von physischer Gewalt erlitten hatten und dass doch 7% der Mädchen eine vollendete Vergewaltigung erlitten hatten. Das sind deutlich höhere Raten, als wir das heute in Deutschland finden würden. Polizei und Justizwesen. Ich habe gesagt, ich halte das für ein wichtiges Anliegen, eine bessere Ausbildung der Polizei zu fördern, die Legitimität der Polizei zu verbessern und die Legitimität der Polizei zu verbessern. Dazu habe ich gleich noch eine Studie. Das ist etwas im Durcheinander. Ein Bezug von Forschung zur Zivilgesellschaft. Hierzu will ich Ihnen etwas zeigen, warum das so wichtig ist. Hier sehen Sie eine Landkarte, jetzt nicht die Größe der Länder nach Homizidraten, sondern die Höhe der Homizidraten. Dunkel heißt hohe Homizidraten, hell heißt tiefe Homizidraten. Sie sehen hier übrigens auch, wie außergewöhnlich Europa ist. Dann will ich das vergleichen mit dem Korruptionsindex. Und wenn Sie das kurz vergleichen, im Überblick, das ist Homizidraten, das ist Korruption, dann sehen Sie, dass die Länder, die hohe Homizidraten haben, gleichzeitig Länder sind, die eine hohe Korruption haben. Und jetzt will ich das drittens noch vergleichen mit einem Indikator, der entwickelt wurde, um Staatsversagen zu messen. Staatsversagen im Sinne davon, dass es keinen funktionierenden Staat gibt, der Rechtssicherheit herstellt. Das hier ist der Fail State Index für 2013 des Fund for Peace. Und Sie sehen hier wieder, dass es eine große Überlappung gibt zwischen Staatsversagen, Korruption und hohen Homizidraten. Und ich könnte das weiter ausführen, das sind auch die Länder, in denen es hohe Raten von sexueller Gewalt gegen Kinder gibt. Das sind auch die Länder, in denen es hohe Raten gibt von hoher Gewalt gegen Frauen. Und deswegen, weil das so ist, scheint mir diese Frage von Zivilgesellschaft, der Förderung von Zivilgesellschaft, auf einer globalen Ebene ein so zentrales Anliegen zu sein. Hier einfach nochmal als Erinnerung, Merkmale von Ländern mit hoher Gewalt, niemand traut der Polizei, hohe Ungleichheit, hohe Korruption, hohe Verbreitung von illegalen Märkten, organisiertes Verbrechen, geringe Stabilität des Staates, fehlender Rechtsstaat, häufig mit privaten, kriminellen Organisationen, die Schutz anbieten, in besserer Qualität als der Staat. In Jamaika beispielsweise, in benachteiligten Stadtquartieren, trauen die Leute, wenn ihnen Unrecht passiert, illegalen Organisationen eher, dass sie Recht sprechen und ihnen helfen, als sie dem Staat trauen. Dasselbe gilt beispielsweise in Rio de Janeiro. Bedeutung von Justiz und Polizei, ich will Ihnen hier noch ein Beispiel zeigen, wo man auch etwas sieht, was mir da so vorschwebt. Eines der Experimente, die ich vor kurzem sehr, sehr spannend fand, ist das Rialta Police Department Body Worn Camera Experiment. Kennen Sie das? Einige? Einige nicht. Die Ausgangslage war, dass Rialta ist eine Stadt von etwa 150.000 Einwohnern in Südkalifornien, wo es eine relativ hohe Häufigkeit von Beschwerden von Bürgern gegen das polizeiliche Verhalten gab. Und die Frage stand im Raum, was kann man tun, um Beschwerden von Polizei, Beschwerden der Bürger gegen die Polizei zu reduzieren und den Einsatz von polizeilicher Gewalt zu reduzieren. Und das Experiment bestand darin, dass die Polizeibeamten sich tragbare Mobilkameras aufgesetzt haben, die durchgehend die polizeilichen Einsätze überwacht haben, einfach aufgenommen haben. Und was Sie sehen hier, das ist nicht sehr schön dargestellt hier drüben, ist, dass diese neue Technologie zu einem enormen Rückgang des Gewalteinsatzes der Polizei geführt hat. Die Beschwerden von Bürgern sind im Vergleich, wir können über die Kontrollgruppe sprechen, weil es war in gewisser Weise, es gab ein Problem, weil auch in der Kontrollgruppe ist die Gewalt zurückgegangen der Polizeibeamten. Das lag aber daran, dass nicht einzelne Individuen randomisiert wurden, sondern dass die Schiffs, also die Dienstphasen randomisiert wurden und die Polizeibeamten sich daran gewöhnt haben, dass sie, alle Polizeibeamten sich daran gewöhnt haben, dass sie eben diese Kameras bei sich tragen. Der Einsatz von polizeilicher Gewalt ist zurückgegangen. Man würde denken, dass die Polizei eine solche Maßnahme nicht gern gesehen hat, dass die Polizisten sich überwacht fühlten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Polizeibeamten empfanden das zumindest dort als eine durchaus hilfreiche Maßnahme, weil es die Polizeibeamten schützt in einem Fall, wo eine Beschwerde eingereicht wird gegen ihr Verhalten. Warum ist das hier interessant? Weil Larry Sherman, der ein guter Verkäufer ist bei uns am Institut, es gelungen ist, die Polizei in Sao Paulo davon zu überzeugen, ein ähnliches Experiment durchzuführen mit Polizisten in Sao Paulo. Und wenn das gelingt, dann wäre das wirklich ein sehr interessanter Versuch, diese extremen Raten von Gewaltanwendung von Polizei mal zu untersuchen, welche Art von Maßnahmen hier etwas bringen können. Und dann hatte ich, ich will hier aufhören, am Schluss angesprochen, Zivilisierungsprozesse, ich bin darauf zu sprechen gekommen, schon, die waren hier, die Zivilisierungsprozesse, Empathie, Selbstkontrolle, Moral und Vernunft. Ich will aber die Diskussion schon etwas vorsteuern. Und das hier ist mein Vorschlag für die Diskussion. Wir können auch über andere Dinge sprechen. Ich glaube, eine wichtige Frage bei der Gewaltprävention ist immer die Frage, was machen wir am besten mit knappen Ressourcen? Und eine Frage, die ich meinen Studierenden ganz gerne stelle, ist genau diese Frage. Angenommen, sie bekämen pro Person auf der Welt, das sind 6 Milliarden Euro pro Jahr, zusätzlich, um Gewaltprävention umzusetzen. Und sie bekommen freie Hand, diese Gelder zu investieren, wie ihnen gut erscheint. Wo, in welche Art von Maßnahmen und mit welchen Gründen würden sie dieses Geld investieren, um diesem Ziel einer Reduktion von Gewalt um 50 Prozent näher zu kommen. Ich finde das eine interessante Art, über das Problem nachzudenken. Ganz herzlichen Dank. Ja, das ist nicht mein Lauf, aber du hast schon gesagt, das ist natürlich auch ein Team. erlaubt. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen anders anfangen, kommen dann aber vielleicht auf die Frage zurück. Ich fand den Vortrag sehr spannend. Ich fand den Vortrag sehr spannend. Wir leben ja in einer individualistischen Gesellschaft und neigen dazu, Gewalt individualistisch und psychologisch zu interpretieren. So wie Sie es dargestellt haben, kommt man aber eher so auch auf Fragen der Kontextveränderung und der Kontextgestaltung. Also wie kann ich Rahmenbedingungen so verändern, dass sich Menschen vielleicht anders verhalten? Da gibt es ja in der Psychologie dieses schöne Ergebnis des fundamentalen Attributionsfehlers und wir als Wissenschaftler neigen vielleicht auch ein bisschen dazu, dass wir auf Täter immer so schauen, als wären sie von ihren Intentionen, von ihren Absichten her gesteuert und vielleicht ist es ja wirklich mehr der Kontext, der da wichtig ist. Und da meine ich ja vielleicht bei dieser Frage der Zivilisierungsprozesse einen gewissen Widerspruch zu erkennen. Das sind wieder alles Punkte, die auf individuelle Dinge abstellen und wo diese Sache der Kontextgestaltung ein bisschen hinten runterfällt. Und bei der Frage, wofür würde ich das Geld ausgeben, würde ich im Moment das Geld, glaube ich, gerne für so Sachen ausgeben, die Kontexte so verändern, dass sich Menschen anders verhalten, also die eher indirekt als direkt werden. Darf ich zurückfragen? Was würden Sie damit meinen? Ja, zum Beispiel das sind dann keine Programme, wo ich Individuen versuchen würde, zu einem empathischen Verhalten zu bewegen, sondern wenn man es ganz praktisch macht, wäre das zum Beispiel sowas wie demokratische Schule, wenn man es jetzt auf Schule fokussiert. Ich würde also eher nicht mit individuellen Schülern arbeiten, sondern versuchen, die Schule so zu gestalten, dass Kinder dort Mitbestimmung erleben können, um es einfach mal so an einem Beispiel festzumachen. Ich will hier nur auf diese Frage von Kontextgestaltung und individuellen Ansätzen reagieren. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal zu sehr, nicht immer, zu sehr die Veränderung der individuellen Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. obwohl ich gleichzeitig sagen muss, dass ich eben, wie gesagt, im Rahmen meiner Interpretation des Zivilisierungsprozesses von Selbstdisziplin zum Beispiel gesprochen habe. Aber Selbstdisziplin, das muss man ganz klar sehen, war nicht etwas, was sich sozusagen automatisch individuell eingestellt hat, sondern dieser Prozess der Disziplinierung des Selbst war ganz stark im 17. Jahrhundert in der europäischen Erfahrung zum Beispiel verknüpft mit dem Protestantismus, mit der Gewissensprüfung in den kalvinistischen reformierten Kirchen, mit der Verbreitung des Schulwesens, mit der Verbreitung von Armeen, die alle als Disziplinierungsinstanzen gewirkt haben, sodass ich das nicht unbedingt als Gegensatz sehen würde. Ich denke aber, dass es wichtig ist, um auf diese Ebene zu sprechen zu kommen, dass gleichzeitig das Institutionen funktionieren zu verändern, eine ganz wichtige Ebene ist. Etwas, was im 17. Jahrhundert passiert ist, dass Menschen in Nordeuropa, dort, wo dieser Rückgang von Gewalt zuerst stattgefunden hat, vermehrt Zugang zu Recht gehabt haben. Und Zugang zu Recht hat die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sie zum Beispiel Blutrache geübt haben. Menschen in Afrika, Menschen in Lateinamerika werden nur dann darauf verzichten, selber zum Beispiel Vigilantige Gewalt auszuüben, werden nur darauf verzichten, Formen des organisierten Verbrechens zu unterstützen, wenn sie sehen, dass der Staat Möglichkeiten anbietet, zu ihrem eigenen Recht zu kommen. Und das ist nicht die Wahrnehmung im Moment in den Ländern, wo Gewaltrafen am höchsten sind. Ich hoffe, Ihr Vortrag ist, ich kann auch lauter, bin Polizeibeamter, ich hoffe, Ihr Vortrag ist für Deutschland, zumindest für Brandenburg, als VSNFD eingestuft. Denn wenn ich das der brandenburgischen Politik oder in meinem Landrat zeige, in meinem Landkreis zeige, wo wir schon seit zehn Jahren unterwegs sind, so Räume der gelingenden Sozialisation um Kita und Schule zu gestalten, so lange dauern da Implementationsprozesse in Brandenburg. Und man sieht, also bei Deutschland sind wir da hinten bei den 2% oder so und dann haben sowieso Nicaragua und die haben es nötig, dann machen die in Brandenburg, wo wir kurz davor sind wieder, machen die wieder alle zu. Das Gleiche ist, ich weiß aber auch inzwischen, wo wir uns so lange damit beschäftigt haben, wo ich ganz dicht bei Ihnen bin, diese historische Perspektive. Wir haben in Brandenburg gesagt, vor 200 Jahren, zur Erziehung eines Kindes bedarf es des ganzen Dorfes. Über 1000 Pyretten kommen wir jetzt genau wieder da an, nämlich über diese Räume, die sich um Kita und Schule im Kern evidenzbasierte Programme, dass wir dort rum gestalten. Meine Frage jetzt, das erste war eher scherzhaft gemeint, was kann denn an den 50% A, Deutschland noch dran tun? Und B, jetzt kommt Micha Breitsch der Zweifler gelernter Polizeibeamter. Wenn ich sehe, was wir für Tänze mit unserer Politik durch haben, kriegen wir das dann weltweit so hin, hören uns dann manche kleinen Duodez-Fürsten in Afrika dann so schnell mal eben auf eine Konferenz der WHO, wo wir schon mit der Landesregierung in Brandenburg ganz schön zu diskutieren haben. Also das ist dann Micha Breitsch der Zweifler. Und wir müssen ja auch dann als Deutschland auch noch ein bisschen unsere Rate reduzieren, sollten sie auch. Eine bessere Zivilität steht uns allen gut zu Gesicht. Ende meiner Ausführung. Es hat sich im Grunde erschöpft schon in dem, was Herr Breitwert gesagt hat. Sie haben, Herr Professor Eisner, sehr interessant und dankenswert uns eine globale Perspektive vorgestellt. Wir fragen uns in Deutschland, wie sind wir dabei, wenn wir nicht im Auswärtigen Dienst oder in der GEZ oder in sonst einer nützlichen Einrichtung an der Verbesserung der Welt arbeiten. Sehen Sie auch für Mitteleuropa Chancen eines Durchbruchs, der jedenfalls entfernt in die Nähe ihrer 50-Prozent-Klausel kommt? Ich will zuerst auf die Frage ganz kurz eingehen, ob das durchkommen könnte auf der Welt und warum das sinnvoll sein könnte. Wir haben aktuell beispielsweise die Medien Aufmerksamkeit wegen der Entführung der 200 Mädchen im Norden von Nigeria. Das ist übrigens an und für sich schon ein wichtiges Ereignis. So tragisch das das Ereignis ist, aus meiner Sicht ist die große Veränderung, dass wir das überhaupt weltweit wahrnehmen. Es gibt heute über die Medien und das wird sich verstanden, gibt es immer weniger Orte auf der Welt, wo politische Entscheidungsträger es sich leisten können, die Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit einfach zu ignorieren. Und das schließt auch übrigens die lokale Öffentlichkeit aus, ein. Damit allerdings dann Empörung auch überschlagen kann in Handlungsempfehlungen, braucht es sozusagen, das ist mein Argument, so etwas zum Beispiel in die nächste Phase der Millennium Ziele reinzunehmen, braucht es ein Mandat der WHO, dass ihr auch gewisse Möglichkeiten eröffnet. Also ein Beispiel die WHO hat über die letzten zehn Jahre wirklich inhaltlich sehr, sehr gut aufgearbeitete, in viele Sprachen übersetzte Richtlinien für Erziehungsprogramme, für Sozialkompetenzprogramme entwickelt. Sie werden dich nicht lesen in Brandenburg, nicht weil es sie nicht interessiert, sondern einfach weil es in Deutschland bereits sehr viele lokale Ressourcen gibt, die Informationen darüber geben, was sie brauchen. Das ist aber in den meisten Ländern der Welt nicht der Fall. Die WHO kann aber solche Maßnahmen nur durchführen, wenn sie dafür einen Auftrag hat. Und deswegen eben diese Idee der WHO einen Auftrag zu geben, wie sie ihn schon in vielen anderen Bereichen hat, wenn sie zum Beispiel Malaria-Bekämpfung unterstützen möchte, wenn sie Bekämpfung von absoluter Armut unterstützen möchte, wenn sie bessere Erziehung unterstützen möchte, dann braucht sie für das einen Auftrag. Und das ist die Idee, dahinter so etwas zu tun. Mein Argument hier war überhaupt nicht, zu sagen, es gibt für Deutschland keinen Handlungsbedarf mehr oder für die Schweiz keinen Handlungsbedarf mehr. Ich glaube auch übrigens, dass die Argumente, die ich hier vorgebracht habe, viele der Argumente für Kontexte wie die Schweiz und Deutschland deutlich weniger relevant sind, weil diese rechtsstaatlichen Strukturen, von denen ich hier spreche und die mir im internationalen Kontext ganz entscheidend zu sein scheinen, weil die hier schon gegeben sind. Das heißt, je nach Kontext unterscheidet sich halt auch, was wir tun müssen. Und ich glaube nicht, dass man dann Brandenburg ausspielen sollte, gegen die Situation in Nicaragua zum Beispiel oder Honduras. Es gibt genug, also mein Argument, wenn ich in der Schweiz argumentiere, ist eigentlich immer den Vergleich innerhalb des Landes selber zu machen und zu sagen, ich will das nicht vergleichen mit Situationen in anderen Ländern. Hier haben wir Daten und wir brauchen diese Daten, die zeigen, dass es ein beträchtliches Ausmaß von Gewaltbelastung gibt. Wir können auch zeigen, dass dieses Ausmaß von Gewaltbelastung so hoch ist, dass es die Lebensqualität eines großen Teiles, eines beträchtlichen Teiles von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt und das muss genug sein, um Politik in der Politik auch Handlungen auszulösen und dieser Vergleich mit Situationen in anderen Ländern macht aus meiner Sicht dann wenig Sinn. Also er ist wichtig, aber ich glaube, das Argument, ich bin nicht sicher, ob ich das gut ausgedrückt habe. Ich habe versucht, mich vor der Idee zu warten. Es war eher ein Spaß, wenn Politik sich immer versucht, davon zu schlagen. die gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind sie weg. Da ist keiner mehr zuständig. Wolfgang Karl vom DFK. Ich würde gerne noch auf einen Bereich eingehen, den Sie so ein bisschen vermieden haben. die Frage der kollektiven Gewalt, sowohl innerstaatlich in Bürgerkriegssituationen oder bürgerkriegsähnlichen Situationen, natürlich auch die zwischenstaatlichen Gewaltvorkommnisse, was man früher Kriege nannte und alle Mischformen, die sich da ergeben und ja auch in der Empirie erhebliche Gewalt produzieren und Gewaltopfer zur Folge haben. Auf der einen Seite, also das muss man schon auch erwähnen, wenn man über das Gewaltaufkommen auf der Welt spricht und dann muss man es natürlich auch als Risikofaktor betrachten für die Weiterentwicklung oder Prognose der weiteren Entwicklung und da spielen ja unter anderem auch die sehr gelobten zivilisierten Staaten eine nicht unbedingt immer rühmliche Rolle, sodass man auch da mal nachhaken muss. Es reicht nicht, wenn wir sagen, wir sind hier eine tolle zivile Gesellschaft in Deutschland, aber wir gehören zu den auch größten Kleinwaffenexporteuren. Nur mal so provokativ gesagt. Vielleicht sagen Sie da auch noch ein paar Sätze zu. Ich glaube etwas, was im Moment passiert. Ich habe gesagt, am Anfang hat die WHO Gewalt zu einem Public Health Problem erklärt. Und das war ein guter und wichtiger Schritt. Weil damit hat sie Gewaltprävention angebunden an eine ganze Reihe von Anliegen, zum Beispiel die ganze Idee von Evidenzbasierter Prävention. Die hätte nirgends anders angebunden werden können als bei der WHO, die über gesundheitspolitische Anliegen eine Tradition hat, über Maßnahmen nachzudenken, die auch tatsächlich etwas nützen. Was jetzt in den letzten fünf Jahren passiert ist, oder zehn Jahren passiert ist, ist, dass zunehmend erkannt wurde, dass dieser Ansatz, der gesundheitspolitische Ansatz, Ergänzung braucht, zum Beispiel mit Ansätzen, die eher mit Kriegen zwischen Ländern oder mit Konflikten innerhalb von Ländern etwas zu tun haben. Da kommt man nicht mehr dahinter mit einem nur Gesundheits-, also mit einem Public Health Ansatz. Und was im Moment zu passieren scheint, und wir möchten das im September mit dieser Tagung etwas verstärken, dass man anfängt miteinander zu sprechen zwischen Leuten, die eher sich beschäftigen mit Kriegen, Leuten, die sich eher beschäftigen mit der Häufigkeit von Bürgerkriegen, Leuten, die sich eher mit Gewalt beschäftigen aus einer ökonomischen Perspektive und beispielsweise Drogenhandel in den Mittelpunkt stellen, und dass die sprechen mit Leuten, die eher aus der Public Health Perspektive kommen, die eher evidenzbasierte Prävention in dem Sinne betreiben, wie wir es hier eigentlich an der Tagung in erster Linie verstehen. Ich glaube, was Sie sagen, ist völlig richtig, dass wir hier über die Grenzen, also mindestens auf der globalen Ebene, über diese Grenzen, das hier ist ein Public Health Thema und das ist was ganz anderes, hinausdenken müssen, weil wir sehen, dass die Probleme eigentlich in den Brennpunkten von Gewalt verschiedene Systeme, verschiedene Bereiche gleichzeitig betreffen. Kai Laufen, Journalist, Sie hatten ja verschiedene Karten gezeigt, Korruption, wo Korruption besonders vertreten ist oder eben, das ist ja immer die gefühlte Korruption vermutlich nach den Transparency International Maßgaben, dann eben wo Gewalt, zivile Gewalt besonders häufig ist. Man kann da, so wie Sie das getan haben, anscheinend ja ziemlich klare Korrelationen herstellen, aber interessanterweise gibt es auch Abweichungen, die vielleicht in sich eben oder für sich dann auch spannend sind. Argentinien fiel mir da gerade auf, gefühlt von den Leuten, anscheinend total korrupt, sehr niedriger Gewaltindex. Sind solche Ausnahmen vielleicht ganz besonders interessant? Welches Land war das? Argentinien. Argentinien? Ja. Also die Abweichung, wir leben im Zeitalter von Big Data und haben die Chance, das alles zu erfassen und eben nicht nur mit Durchschnittswerten zu arbeiten. Die Zusammenhänge sind, wie immer in sozialwissenschaftlichen Daten, bei Weitem nicht perfekt. Argentinien könnte ein interessantes Beispiel sein. Ich mache im Moment eine Studie in Uruguay, das ja als die Schweiz Lateinamerikas gilt, wo eigentlich wenig, also im Lateinamerikanischen Vergleich relativ wenig Korruption besteht und auch das Gewaltniveau relativ tief ist. Also alles in allem in Lateinamerika gibt es einen Zusammenhang zwischen, auch innerhalb Lateinamerikas, zwischen insgesamt höherer Korruption, insgesamt höherem Ausmaß von Bürgerkriegszuständen wie in Kolumbien und Peru beispielsweise und einer starken Tradition und Bürgerkriegen und individueller Gewalt. Aber Sie haben völlig recht, also es gibt Ausnahmen und die werden interessant anzuschauen. Übrigens also ganz kurz, auch um das zu illustrieren, wie ich habe einen anderen, das ist das Spannende, wenn man das Privileg hat in Cambridge zu arbeiten, dass man so viele internationale Studenten hat und das genieße ich enorm. Im Moment arbeite ich mit einem anderen Studenten aus Ägypten an einer Studie über gewalttätige Übergriffe an Kopten, die enorm zugenommen haben im Zusammenhang mit den politischen Unruhen, wo man etwas sieht, wie dann politische Unruhen dazu führen, dass plötzlich ethnische Gewalt auflackert und dass dann die ethnische Gewalt auch zu Gegenreaktionen kommt, es zu diesen Aufschaukelungsprozessen und dass in Ägypten im Zusammenhang mit den politischen Unruhen es auch, es gibt nicht sehr gute Daten, aber es gibt einigermaßen vernünftige Daten. Ägypten hat immer sehr tiefe Mordraten, das ist das Einzige, wo wir relativ gute Daten haben, sie sind aber stark gestiegen im Verlauf der politischen Unruhen. Das sind nicht Tötungsdelikte direkt im Zusammenhang mit den politischen Auseinandersetzungen, sondern die politische Instabilität führt dazu, dass auch normal in der Zivilgesellschaft zunehmend es vermehrt zu Konflikten kommen, die dann auch zu Tötungsdelikten führen können. Auch hier nochmal einfach nur das Argument, diese Grenze nicht allzu scharf zu ziehen und da zu verstehen, dass es da Wechselbeziehungen gibt. Vielen Dank, Manuel, für den sehr interessanten Vortrag. Jetzt haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen, wohin mit dem vielen Geld. Offenbar sind die Leute gar nicht mehr gewohnt, dass sie Geld frei zur Verfügung haben. Ich hätte noch eine Bombenidee, in Medien, Qualitätsmedien zu investieren, weltweite Strategie, man erreicht ganz viele Leute, aber das ist ein anderes Thema, das können wir jetzt leider nicht mehr besprechen, aber ich fand es sehr anregend, auch mal längerfristig zu denken, in dem kurzlebigen Politikgeschäft, auch Wissenschaftsgeschäft, ist es mal wirklich eine angenehme Abwechslung. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.